Die Top 5 Tassenaufhängungen. Praktisch, platzsparend und stilvoll. Ich habe den Metalltex Shelf Becherhalter in der Polytherm beschichteten, silbernen Version gekauft und bin sehr zufrieden damit. Der Spiedermook Halter ist ein gut durchdachtes Produkt, das mir viel Platz und Organisation in meiner Küche ermöglicht. Die Halterung passt perfekt in meine Küchenschränke und hält meine Tassen sicher an ihrem Platz. Die Beschichtung ist strapazierfähig und leicht zu reinigen. Ich kann den Metalltex Shelf Becherhalter jedem empfehlen, der nach einer praktischen und effizienten Aufbewahrungslösung für seine Tassen sucht. Ich habe den Lat-Cure Tassenhalter gekauft und muss sagen, dass ich sehr zufrieden bin. Es sind zwei Stück in einem Paket, sodass ich insgesamt zwölf Tassen aufhängen kann. Der Haken ist sehr stabil und ich musste ihn nicht einmal bohren, um ihn zu montieren. Der Tassenhalter sieht auch sehr stilvoll aus und hat das Aussehen meiner Küche verbessert. Ich würde diesen Tassenhalter jedem empfehlen, der eine einfache, aber effektive Art der Tassenaufbewahrung sucht. Ich habe mir den Egg Ploy 2 Stück Becherhalter für meine Küche gekauft und bin absolut begeistert. Es ist so einfach zu installieren ohne Bohrlöcher zu machen und spart wirklich viel Platz. Ich kann nun meine Tassen und Gläser ordentlich und sicher aufbewahren. Der Haken ist auch sehr praktisch für das Aufhängen von Küchenutensilien, Gürteln und Schals. Das Design ist stilvoll und modern und passt perfekt in meine Küchenästhetik. Ich empfehle den Egg Ploy 2 Stück Becherhalter für jeden, der nach einer effizienten und praktischen Methode sucht, um seine Tassen und Gläser aufzubewahren. Ich bin sehr zufrieden mit dem Egg Ploy 2 Stück Bechertassenlagerung Haken. Es macht das Ordnunghalten meiner Küche viel einfacher und effizienter. Der doppelreiche Küchenutensilien-Rack nutzt den Raum unter meinem Regal perfekt aus und lässt mich meine Tassen, Küchenwerkzeuge, Krawatten, Gürtel, Schals und Schlüssel praktisch aufbewahren. Der schwarze Farbton sieht vollkommen elegant aus und passt perfekt zu meiner Küchendekoration. Ich würde dieses Produkt auf jeden Fall weiterempfehlen, um die Küchenutensilien ordentlich aufzubewahren. Ich habe mir diesen Tassenhalter für meine Küche bestellt und bin sehr zufrieden damit. Er ist einfach anzubringen und hält meine Tassen und Becher sicher fest. Außerdem ist er sehr platzsparend, da er unter dem Schrank angebracht werden kann. Auch die zusätzlichen Aufkleber sind praktisch, um andere Küchenutensilien wie Gürtel oder Schals aufzuhängen. Die weiße Farbe passt zudem gut zu meiner Kücheneinrichtung. Insgesamt ein tolles Produkt, das ich jedem weiterempfehlen würde. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.